Hallo, mein Name ist Anish Jakieser und ich bin Oliver Reintchens und wir sind die aktuellen BUPTIs bei der EW Junior. Wir stellen euch jetzt einmal vor, was sich in einem BUPTI-Jahr erwarten wird. Als BUPTI bist du dafür zuständig, die Kommunikation zwischen Junior und dem Vorstand unseres ehemaligen Netzwerkes aufrechtzuerhalten. Außerdem hast du die Möglichkeit, eingeständig Workshops zu koordinieren und bundesweit durchzuführen. Da du nicht jeden Workshop selber durchführen kannst, gehörst du den zu deinen Aufgaben aus unserem ehemaligen Netzwerk Workshop-Leiter zu gewinnen. Zudem übernimmst du mehrere Aufgaben im Bereich Veranstaltungsorganisationen. Da unsere Projektmanager unterschiedliche Aufgaben haben, hast du die Gelegenheit, in unterschiedliche Händlichkeitsfelder Einblick zu erhalten. Du verfasst zu unterschiedlichen Themen News für unsere Homepage und sie ist dabei, unsere Social-Media-Kanäle auf dem Laufenden zu halten. Du hast flexible Arbeitszeiten, das heißt, du kannst entweder um sieben oder auch mal um zehn anfangen und hast einen modernen Arbeitsplatz direkt in der Nähe des Kölner Erwartens. Du solltest gut und gerne mit dem Programm von Microsoft Office arbeiten können. Außerdem unterstützt du unsere Studenten bei der Betreuung der Schülerfirmen über die Schülererklärung. In regelmäßigen Besprechungen tauchst du dich darüber aus, was gut und was nicht so gut funktioniert hat und was dir an deiner Arbeit Spaß gemacht hat. Falls wir dein Interesse geweckt haben sollen, wirft dich jetzt bei inis.at ew.com.de Inis.at ew.com.de Inis.at ew.com.de